Hallo und guten Morgen. Heute komme ich mit einem Video zu euch, in dem es um Slider geht. Und auf der Suche nach diesen Bildwechslern, die man auf vielen Blogs so sieht, habe ich eine ganze Menge Plugins gefunden, mit denen man solche Slider einrichten kann. Und ich habe auch jede Menge getestet und hatte dann bei einer Kundin einen Slider eingebaut und fand das alles wunderbar. Ich habe das mit meinen Browsern kontrolliert und alles lief wunderbar. Und dann bekommt die Kundin den Blog und sagt, du, ich kann den Slider nicht angucken. Und ich denke, hey, was ist das denn? Ich habe das doch bei mir kontrolliert, bei mir hat das auch alles funktioniert, aber bei der Kundin eben nicht. Und wieder mal mein ganz besonderer Freund, der Internet Explorer, hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin dann auf die Suche gegangen, ob andere auch noch diese Probleme hatten. Und tatsächlich gab es eine Diskussion darüber, dass dieser Slider, den ich eingebaut hatte, in Internet Explorer 6, 7, 8 angezeigt wurde. Nicht aber in 9. 9 ist der neueste. Und ja, und so war das, dass bei mir eben noch der Internet Explorer 8 installiert war. Bei dem konnte ich den Slider sehen. Meine Kundin hatte 9 und konnte ihn nicht sehen. Support des Plugin-Herstellers hat alles nichts genützt. Also, Irene geht auf die Suche nach einem neuen Slider und habe einen gefunden, der funktioniert in allen Browsern. Und das ist dieser hier, der V-Slider 3.1. Den habe ich der Kundin jetzt auch installiert. Wir sehen, das ist auch ganz neu. Es gab wohl erst einen 3.0 oder 2.0. Keine Ahnung. Jedenfalls 3.1 ist jetzt der neueste. Diesen Slider habe ich installiert und den stelle ich euch heute vor. Ich werde euch noch mehr Slider vorstellen, weil jeder Slider hat halt andere Funktionen. Und dieser hier passt aber jetzt sehr gut für das, was ich für meine Kundin eingerichtet hatte. Okay, jetzt geht's los. Ich gehe mal auf das Dashboard. Nein, nicht auf dieses Dashboard, sondern auf dieses. Okay, und wir sehen hier, dass hier schon die Options-Page von diesem Slider ist. Wie wir ein Plugin installieren, das dürften, ja, wir jetzt alle wissen, ich zeige es nochmal ganz kurz. Ich gehe jetzt unter Plugins, installieren und dann entweder nach dem Plugin suchen oder das Plugin hochladen. Und in dem Fall habe ich dieses Plugin hier, V-Slider, die gezippte Datei, die ich mir von der vorhergehenden Website heruntergeladen habe, ausgewählt und installiert. Und deshalb ist es bei mir jetzt schon installiert. Okay, ich gehe jetzt auf Slider und habe jetzt hier die Options-Page, die Seite, wo wir die Optionen einstellen für diesen Slider. Und wir haben einmal die Möglichkeit, die Weite, also die Breite und die Höhe des Bildes festzulegen, oder der Bilder besser gesagt. In meinem Fall passt das hier ganz gut. Ich habe auch schon Bilder vorbereitet, die eben in diese Größe passen, weil das ist ganz wichtig. Die Bilder dürfen auf keinen Fall kleiner sein als diese Größe, sondern sollten möglichst genau die Abmessungen haben, die wir hier jetzt auch für den Slider einstellen. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, es gibt also solche Übergangseffekte. Und der kann man hier einstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Bild haben und wollen, dass dann im Übergang, dass das so pixelig wird, dann kann man hier zum Beispiel eine 5 und eine 6 oder sowas einstellen. Ich habe das jetzt mal auf 1 gelassen, weil ich möchte, dass der Bildübergang so einfach wie möglich geht. Wir können dann hier entscheiden, wie lange ein Bild zu sehen ist. 3.000 Millisekunden ist ein bisschen kurz. Ich stelle das mal auf 7, damit man einfach auch ein bisschen länger dieses Bild anschauen kann. Und das lasse ich mal so stehen. Diese Einstellung lasse ich auch. Beim Effekt, wie gesagt, man kann entweder zufällig einstellen, man kann hier Swirl, Rain und Straight, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das müsste man einfach mal angucken, wie diese Übergangseffekte aussehen. Ich lasse jetzt mal All Combined, das heißt, alle Übergangseffekte sind kombiniert. Dann gibt es Navigationsbuttons. Die kann man einrichten, wenn man möchte, dass der Website-Besucher die Bilder durch die Bilder navigieren kann. Ich lasse diese Buttons jetzt mal weg. Ich möchte aber, dass die Bilder zu Seiten auf dem Blog verlinken können. Deswegen Show Images ist es links, lasse ich Yes. Und wenn wir über so ein Bild fahren, dann können wir bestimmen, dass der Slider anhalten soll, solange ich mit der Maus da drauf bin. Deswegen sage ich hier Yes. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir auch Text auf den Bildern einfügen können. Und das können wir hier bestimmen. Wir können also hier zum Beispiel die Font Family, also die Schriftfamilie, festlegen. Und je nachdem, was für Schriften derjenige auf seinem Blog oder besser auf seinem PC installiert hat, die können dann angezeigt werden. Aber ich sehe jetzt hier schon, das sind sehr, ja, so gut wie alles Standardschriften, die so gut wie jeder PC installiert hat. Okay, ich nehme jetzt mal hier einfach so die erste. Dann können wir festlegen, wie groß die Schrift ist. 16 Pixel ist natürlich schon ein bisschen groß. Allerdings ist das auch der Titel. Aber ich sage jetzt hier mal 14. Und dann gibt es noch einen Untertitel, also eine Beschreibung. Da sage ich mal 10. Ich will das nicht so groß haben. Dann muss man entscheiden, welche Farbe dieser Text haben soll. Je nachdem, ob meine Bilder dunkel sind, dann würde ich wahrscheinlich weiß nehmen. Wenn meine Bilder hell sind, würde ich wahrscheinlich, ja, eine dunkle Farbe nehmen. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann öffnet sich hier dieses Farbfeld. Und dann kann ich auch hier eine Farbe aussuchen. Also ich nehme jetzt mal hier was Dunkles und sage OK. Und dann sieht man hier schon, dass die Farbe jetzt eingestellt ist. Dann kann man noch den Hintergrundfarbe von Text und Titel, weil das wird nämlich auch eingeblendet, kann man jetzt hier auch nochmal einstellen. Und ich habe den Text sehr dunkel gemacht, also mache ich den Hintergrund mal hell. Und wir gucken einfach mal, wie das aussieht. Und dann ganz wichtig, Save Settings, weil die Einstellungen müssen immer, immer gespeichert werden, sonst passiert nichts. Jetzt haben wir hier noch was. Wir können noch festlegen, woher wir die Bilder holen. Custom ist, dass wir sie selbst hochladen. Oder Category, dann hätten wir die aus den Kategorien. Ich lasse jetzt Custom hier stehen. Und wir sagen noch, wie viele Slides haben wir denn? Also wie viele Bilder wollen wir denn hochladen? Und ich lasse das mal bald rein, damit das Video nicht auszulang wird. OK, auch hier wieder Save Settings. Und jetzt haben wir hier die Bilder. Und wir sehen auch, wir können die, ähm, nein, wir können die nicht bewegen. Schade, wäre super gewesen. Geht aber nicht. Aber wir können jetzt hier auf das Pluszeichen gehen und jetzt hier eine Bild-URL eintragen. Und ich habe da schon mal drei Bilder vorbereitet. Und die hole ich mir von meinem Computer. Und nehme die Blume 1. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir entscheiden, in welcher Größe soll die Blume denn hochgeladen werden. Und in meinem Fall müssen wir hier die vollständige Größe nehmen. Wenn wir hier kleiner nehmen, dann wird das Bild, ja, mehrfach angezeigt in dem Ausschnitt, den wir dort festgelegt haben. Also ganz wichtig hier die vollständige Größe angeben. Und dann Use a Slider Image. So, und jetzt möchte ich, dass das Bild auch noch zu einer Seite verlinkt. Und da gebe ich jetzt einfach mal hier, soll eigentlich nur zur Hauptseite verlinken. Wie gesagt, wenn ich jetzt in diesem Block habe, habe ich noch keine Unterseiten. Ach so, ganz wichtig, das HTTP davor. Und Doppel-Slash. Und wenn ich jetzt hier eine Seite hätte schon angelegt, dann würde ich die hier eintragen. Ähm, ich möchte jetzt auch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man da einen, äh, einen Text einfügt. Das ist eine Blume. Oh, Entschuldigung, mein Telefon klingelt. Ich pausier mal kurz und dann geht's gleich weiter, okay? So, Entschuldigung, aber das macht sich nicht gut, wenn das Telefon mitten im, äh, im Video klingelt. Äh, ich weiß, das muss ich alles noch ein bisschen professioneller machen. Aber egal. Es geht weiter. Wir waren ja noch nicht fertig. Wir wollen auch noch eine Beschreibung einfügen. Und, ähm, ja, jetzt habe ich hier als Titel, das ist eine Blume. Die ist wunderschön. Okay, nur damit da was steht. Ihr kennt mich ja. Ich muss das alles ein bisschen einfach haben. Und dann Save Settings. Und das zweite Bild, das holen wir uns jetzt auch. Und das ist Blume 2. Und wieder ganz wichtig, vollständige Größe. Diesmal verlinke ich das nicht. Ich sage aber Blume 2. Auch die ist sehr schön. Okay, Save Settings. Und auch noch ein drittes, damit das nicht so langweilig ist. Blume 3. Vollständige Größe. Heating Text Blume 3. Und auch sehr schön. Oh. Okay. Save Settings. That's it. Okay. Es tut mir leid. Ich habe so viele amerikanische Videos geguckt. Deswegen bin ich hier so mit der Sprache irgendwie manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß. So, das hätten wir jetzt alles wunderbar eingestellt. Okay. Und jetzt müssen wir den Slider ja noch einfügen. Den können wir also auf einer ganz normalen Seite einfügen. Oder je nachdem, wo wir im Theme uns befinden. Also ich habe ein Theme, was, ja, was so eine, ein Widget hat, in das ich das einfügen kann. Und das zeige ich jetzt. Also wir können es, wie gesagt, in einen Artikel einfügen. Wir können es auf einer Seite einfügen. Wo auch immer wir das gerne hätten. Und was wir vorher brauchen, ist, Moment, hier, diesen Code hier. Also die eckigen Klammern und dazwischen steht V Slider. Und diesen Code hole ich mir jetzt hier von der Seite. kopiere den und gehe ich jeder hier hin und gehe jetzt in meine Widgets und habe hier jetzt ein Widget, das heißt First Top Widget. Und das ist ein Widget, was sich über den Artikeln befindet. Und genau da möchte ich das rein haben. Und hier habe ich jetzt ein Text Widget eingefügt. Das ist ganz einfach. Wie gesagt, wir holen uns das von hier hier rüber und fügen dann den V Slider hier ein. Sagen speichern und schließen. Und das erste Text Widget, das war schon mal aus meinen Übungszwecken, das nehme ich da jetzt wieder raus. Einer reicht ja. So, jetzt ist der Slider hier eingefügt und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie der aussieht. Okay, wir öffnen das mal in einem neuen Tab. Und voilà, das ist mein Slider. Hier ist es der Überschrift, da ist der Untertext. Und normalerweise sollte der jetzt wechseln. Schauen wir mal, macht er auch. Okay, wechselt zur anderen Blume, das ist Blume 2. Hier ist die Unterschrift. Das ist ja wirklich ein schönes, geniales Plugin. Vor allen Dingen finde ich schön, dass ich hier, wie gesagt, auch die Möglichkeit habe, diesen Text, diesen Bildtext einzufügen, wenn ich das möchte. Je nachdem, was ich hier oben drin habe, ich könnte ja auch eine Werbung schalten oder zu anderen Webseiten verlinken, dann macht es wirklich super Sinn, sich das so schön hier einzurichten. Also, ein tolles Tool, fast noch besser als das erste, was ich getestet habe und was eben nicht im Internet Explorer funktioniert hat. Aber dieses hier, wunderbar, es funktioniert. Ja, das war ein Video aus meiner Slider-Reihe. Weil es gibt wirklich eine Unmenge an Slider-Plugins. Ich habe also noch einiges zu tun. Ich kann euch da noch jede Menge andere Videos drehen zu den verschiedenen Dingen. Weil, wie gesagt, je nachdem, was man mit dem Slider anfangen möchte, wofür man den nutzen möchte, je nachdem, da entscheidet sich, welche Version man da nimmt. Aber der hier ist wirklich sehr nett, gefällt mir gut. Und auch mit der Möglichkeit, den Text einzufügen, das hatte ich nämlich bei dem anderen nicht. Also, bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Tschüss.